Die Erfahrung zeigt, es wird halt noch... Schau, schau, wie der Silikas gibt, der redet... Er fliegt wieder, er fliegt wieder komisch, es wird wieder hängen. Ja, okay, diesmal habe ich ihn einmal. Ja, aber ich habe unten mal einen killt, ich habe unten einen killt. Oben am Hauptbahnhof, oben drauf nicht einer. Ja, den habe ich auch noch. Es ist so live und ich habe ihn so hart geglaubt, er kann mich holen. Break, battle break. Ja, ich baller mit. Sollst du es mal zeigen? Er hat die K.O. Nice, Hammer, nice team shot, baby. Super. Wir pushen den Wabler. Warte, ich habe da keinen Pin mehr. Okay, wir müssen den Haupt-Heliport, glaube ich. Da noch eine. Dieses Wagerl. Schießt hier, ne? Okay, der ist weggegangen. Hier, da, an der Ecke ist er gesessen. Da, 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 darf ich hin, darf ichEd. Hineappa Drops. Ja, ich habe auch schon einen logisch. Ah, rechts war auch einer, Vorsicht! Ja, einer ist noch rechts, einer ist noch rechts. Ich brauche Platten. Und eines links auch noch, dort bei der Gruppe war noch einer. Da vorne bei dem Pin-Jicker war einer. Absolut, Team Web. Okay, sehr schön. Schaut rechts, ob da eh nix kommt, rechts. Ja, da ganz hinten, doch, da ganz hinten, ein bisschen Leute weg. Die haben aber auch einen Stress. Geht schon rechts. Wir haben uns rechts, drücken wir jetzt rechts an, Buschen, rechts andrücken. Ja, rechts, rechts andrücken, ich drücke, ich drücke. Ja, da müssen wir jetzt eh Gas geben. Ja, schießen wir. Ja, ja, ja. Da hat ein Projekt drin. Wah, fuck, Gasmaske, fickt mich jetzt. Ja, da kommt der dann Glastik, sitzt der Bell. Ja, der dann Glastik sitzt der Bell. Eine Chiot. Das Gas breitet sich aus, neue Sicherheitskone gefunden. Da ist im Gas, im Gas ist er. Haben, 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 haben. Weiter, weiter, weiter. Da rechts, rechts, weiter, rechts, weiter zu den Bäumen. Deckung, Deckung, Deckung. Das ist jetzt, jetzt, jetzt. Da hinten auf der Brücke habe ich welche gesehen. Ja, markiert. Ja, die sind aber da außen, die müssen sich eh bewegen, da irgendwie. Die kommen jetzt unter, die kommen jetzt zu uns. Ja, die ballern jetzt mit anderen. Ja, ja, jetzt, jetzt, äh, ballern sie auch von rechts, da von rechts. Ja, ja, ja. Da sind zwei Teams. Ja, sie treffen sich auf der Brücke und ballern miteinander, jetzt können wir natürlich... Oh, die müssen alle zu uns, Burschen. Die müssen alle zu uns. Ja, ja, ja. Der rechts ist einer. Ja, ich muss den aber nehmen, weil es uns um den Lauf zu uns kommt. Ja, den haben wir, den Urgut, Urgut. Blendgranaten. Trophy hingekommen. Da ist noch einer hinterm Baum. Können wir den holen? Ja, 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 danke. Ja, cool. Auf der Brücke. Ja. Auf der Brücke. Burschen, die müssen alle zu uns, gell. Ja, 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 ja. Von links, von links, von links. Ganz links, ganz links. Kolki. Ah, scheiße. Prezi kommt. Ja. Ja, das gibt's nicht. Wo ist der? Wo ist der? Ich check's nicht. Ja. K mit der K. Ja, steht da am Dach. Ja. Wo? Im Busch, oder was? Ja. Ja. Viel weiter rechts. Viel weiter rechts als Grün. War er. K.A.R. Aber jetzt muss er in die Zone laufen. Ja. Ich der Zars vielleicht noch in die Zone? Da oben rein. Ihr habt's noch drei Gegner. Zwei, zwei Gegner nur mehr. Zwei Gegner nur mehr. Ja, links da oben, links. Oben beim Baum. Ja, genau der. Mhm. Ein Gegner. Ein Gegner. Ein Gegner. Komm schon. Oh, ich kann grad nicht anladen. Hoffentlich ist das jetzt nicht bitter. Leicht die Daumen ist er. Oh, er hat mich auch. Der liegt auf der Stiege. Beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Rechts hinten, rechts hinten ist er. Ja. Ich lieg. Mich hat er abgeschossen. Ja, Buh! Ja, Buh! Ja, Buh! Ja, Buh! Ja, Buh! Ja, Buh! Danke, ich hätte mich so geärgert schon wieder. Er hat's nicht checkt, er hat nicht checkt, dass der Buh ihn umlaufen ist. Ja, Buh! So gut! Danke! Ja, Buh! Daniel, ich möchte anerkennen und weißt, wie gerne ich rede. Und ich hab extra die Packen gehalten. Weil ich hab mir gedacht, du hast eigentlich Zeit, um Platten zu schieben, wie du da unten in der Deckung hast. Und man dachte, nein, ich sag jetzt nichts. Das war dein Beitrag zum Sieben. Ich hab die Koschen gehalten. Ah, er auf mich hätte schaut. Aber dann Kolki... Das war ein Dreisker. Das war ein Dreisker. Das war ein Dreisker. Das war ein Dreisker. Geil. Geil. Ein Wurschen, ein Turnier hin oder her. Aber nach einem Sieg gehst du nicht schlafen. Doe. So. Vielen Dank.